In Basen-Tipp 90 geht es um ein bisschen Coolness. Und ich meine keine aufgesetzte Coolness, nicht etwas, was andere mitbekommen sollen, sondern für dich einfach cool zu bleiben. Wenn dich jemand provoziert, wenn irgendwas schiefläuft, wenn irgendwas daneben geht oder wirklich du auch das Gefühl hast, da will dich jemand echt ärgern, dann stay cool. Bleib cool. Sag innerlich, wie du meinst, sehe ich anders. Oder wenn was kaputt gegangen ist oder irgendwas Ärgerliches passiert ist, dann sag ja, okay, ist aber jetzt schon passiert. Brauche ich mich jetzt nicht mehr darüber aufzuregen, weil was nützt es jetzt noch? Das zu üben, wirklich cool zu bleiben, entspannt zu bleiben bei Dingen, die man nicht ändern kann und bei Dingen, wo du merkst wirklich, da will mich einer von der Seite anpissen. Ja, also mein Tipp für heute, stay cool.